Hi, hier ist Mr. Laguiole, heute mit 5 Laguiole Taschenmesser von der Schmiede Chevalier Laguiole und zwar aus der Edition New Berlin, da sind außergewöhnliche Taschenmesser mit einem ganz anderen Rücken, eine ganz andere Biene, man könnte sagen, so eine Art Königsbiene mit einer Krone drauf, das sieht sehr, sehr interessant aus und Griffen, die eine Kombination sind aus echtem Holz und Kunstharz, manche davon mit so einem Wabengitter, so wie die Bienen, Bienenwabengitter aus Aluminium, also wirklich ganz, ganz interessante Laguiole Taschenmesser von Chevalier Laguiole. Heute möchte ich euch gerne mal 5 Taschenmesser vorstellen von Chevalier Laguiole, das ist ja unsere eigene Marke, die entsprechend bei einer Schmiede, mit der wir zusammenarbeiten, in Frankreich hergestellt wurden per Hand und diese Taschenmesser sind wirklich außergewöhnlich. Wir dürfen eigentlich keine Kollektion fehlen. Hier schauen wir es nochmal ganz kurz im Überblick an, die Taschenmesser, das ist von oben mit einer ganz besonderen Biene, die schauen wir es gleich aus der Nähe an und man kann auch sehen, dass die ganzen Griffen ganz außergewöhnlich sind. Und eine wunderbare Farbenvielfalt hier, also wirklich mal ganz andere Laguiole Taschenmesser. Und bevor wir uns wirklich den Detailarbeit angucken, wie die wirklich aus der Nähe aussehen, da werden wir gleich auch richtig eine Lupefunktion benutzen und so weiter. Und schauen wir uns mal ganz kurz die Bewertungen, eure Bewertungen, welche Möglichkeiten der Bewertungen gibt es in unserem Shop original laguiole.de. Zum einen kann man unsere Produkte, unsere Dienstleistungen bei fremden Plattformen einbewerten, wie zum Beispiel arbeiten wir mit Trusted Pilot, Trusted Shops und Trusted Pilot zusammen. Das sind zwei unabhängige Plattformen, die eine Trusted Pilot, die kommt aus Dänemark, die ist dort auch weltweit tätig und das ist mit einer der größten Plattformen, die es da gibt und Trusted Shops. Das ist eine Firma, eine Plattform aus Deutschland, die sie haben sie auch spezialisiert, nicht nur die Bewertungen zu machen, sondern auch zum Beispiel eine Versicherung mit anzubieten, wenn es Probleme gibt, wenn das Produkt beschädigt wird oder nicht ankommt, sodass es ein bisschen mehr Sicherheit hat. Das kostet natürlich ein bisschen extra, das brauchst du aber nicht bei uns abschließen, sondern direkt bei denen, wenn du da natürlich möchtest. Und da kann man auch Bewertungen machen, die schauen sich an unser Shop an, analysieren das und nur wenn der Shop erspricht bestimmte Kriterien und entspricht, nur dann arbeiten wir mit einer Plattform in deinem Shop zusammen. So konnten wir auch von unserer Qualität, unsere Dienstleistung überzeugen, sodass wir jetzt zusammenarbeiten. Und bei diesen beiden Plattformen kannst du entsprechend eine Bewertung abgeben. Diese Bewertung bezieht sich aber vielmehr nicht auf das Produkt selber, sondern auf wir. Original-Lagiole.de als Ganzes. Das heißt, wie ist das Ganze abgelaufen? Wie ist die Beratung gewesen? Wie ist der Shop gewesen? Bist du zufrieden mit den Dienstleistungen als solches? Und wenn du aber näher auf das Produkt eingehen möchtest, wenn du also praktisch das Produkt bewerten möchtest, da eignet sich noch viel, viel besser unser eigener Shop. Original-Lagiole.de. Da kannst du bei jedem Produkt, das du gekauft hast, kannst du eine Bewertung hinterlassen. Und da kannst du natürlich den anderen Besuch, Besucher der Shops mitteilen, wie fandest du denn dieser, dieses Produkt? Fandest du es gut, öffnet sich gut oder leicht? Gefällt es dir? Hat deine Sammlung bereichert? Bist du froh darüber? Solche Sachen über das Produkt, den man auch von anderen Shops kennt, eignet sich eher als Produktbewertung bei uns in unserem Shop Original-Lagiole.de. Also hast du drei verschiedene Möglichkeiten, uns zu bewerten, unsere Dienstleistungen bei fremden Plattformen oder eben halt das Produkt selbst auf unserer Seite Original-Lagiole.de. Und so teilst du auch den anderen mit, was du von dem Produkt oder von den Dienstleistungen hältst. Sondern alle Kunden, die uns bis jetzt schon bewertet haben, nochmal vielen, vielen Dank für eure Ehrlichkeit und für eure wunderbaren Worte, die teilweise wirklich viele, viele Sätze enthalten, die einfach wunderbar sind. Und das ist für uns wirklich, wie solche Bewertungen und Kommentare sind für uns wie Applaus bei einer Theatervorstellung. Da sehen wir, wie stark du applaudierst und wie stark du unsere Dienstleistungen zu schätzen weißt. Und an dieser Stelle nochmal Dankeschön nochmal für diese wunderbaren Bewertungen auf pleiten Plattformen. Vielen Dank. Kommen wir jetzt zu den Produkten selbst, zu den fünf wunderbaren Produkten. Da sind fünf Produkte, wir haben noch weiter vier aus den New Ballone. Die haben allerdings alle eine Damasklinge. Wir haben hier eine normale Stahlklinge aus 14C28. Deswegen haben wir das auf zwei Videos verteilt. Einmal die Taschenmesser mit 14C28 Stahl und einmal mit Damask. Was haben diese Produkte gemeinsam? Wir schauen uns jetzt mal vielleicht hier aus der Nähe mal an. Dieses Produkt, das erste, das ist New Ballone 1. Und zwar haben wir hier eine außergewöhnliche Biene, wie man sich das anguckt. Also mal eine ganz andere. Er könnte durchaus eine Hummel sein. Oder ich nenne das mal die Königin, die Königin Biene. Und die hat natürlich einen etwas dickeren Popo, wie man sieht. Und sie hat hier auch, zwar die Augen sollen das angebeutet werden, aber es wirkt, finde ich, auch wie eine Krone. Also das könnte hier durchaus die Königin Mutter der Bienen sein. Sehr interessant. Und der ganze Rücken, der ist jetzt pfeifarbig gestaltet. Einmal Messing und einmal Edelstahl. Und das ist eine Doppelplatines Ausführung. Das kann man hier ziemlich deutlich sehen. Da sind also zwei Platinen an der Seite. Dann haben wir die Mittelplatine. Und das Schöne hierbei ist, dass dieser Rücken gestaltet ist, wie zum Beispiel bei einer Wabe. Also die sollen eigentlich die Bienenwaben darstellen. Dann haben wir natürlich diese wunderbaren, interessanten Griffen aus einer Kombination aus Kunstharz hier vorne. Und hier hinten unterschiedliche Hölzer bei den verschiedenen Taschenmessern. Hier haben wir zum Beispiel Nussbaumholz. Und jede Seite ist ein absolutes Unikat. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und wir haben hier eine Wabenstruktur aus Messing als Grundlage. Und die wurden eingefüllt mit entsprechenden Kunstharz in verschiedenen Farben. Und deswegen haben wir diese tolle Farbenvielfalt hier. Wenn man sich das zweite Messer Berlon 2 anguckt, dann haben wir hier natürlich ganz andere Farben. So mehr Grün, weniger Holz noch hier im unteren Bereich. Auf der anderen Seite ist da auch entsprechend nur wenig. Und da wirkt hier dieser Kunstharz ganz anders über die gesamte Länge. Und dann haben wir hier zwei ganz unterschiedliche Messer mit Holz und Kunstharz. Sonst der Rücken ist zum Beispiel der beiden gleich. Und wir haben hier die 14 C 28 Stahlklinge. Und unser Logo Chevalier Laguiole. Dann haben wir hier ein Taschenmesser mit einem Holz und zwar ein Kaktusholz. Und der Kaktusholz hat entsprechend Löcher. Sind relativ runde, ovale Löcher. Und die werden auch mit Kunstharz gefüllt. Also alle Taschenmesser haben irgendwo ein bisschen Kunstharz. Manche mehr, manche weniger. Wir gesehen haben hier bei Berlon 2 mit dem grünen. Da ist ja fast nur Kunstharz außer vorne und hinten etwas Holz. Hier war halb, halb könnte man sagen fast. Und hier sind nur punktuell hier und da einige runden Füllungen. Schöne ist, dass auch auf der Unterseite diese Wabenstruktur weiter fortgeführt wurde. Das ist nicht immer bei allen Taschenmesser so. Und hier finde ich besonders schön, das haben wir auch so beauftragt, dass hier auch diese Wabenstruktur weiter fortgeführt wird. Und wir haben hier eine schwarze Einlage. Hier haben wir überall diese schwarze Einlage zwischen dem Griffmaterial und dem Metall. Das finde ich immer sehr, sehr gut, dass diese schwarze ist ja nochmal eine sehr schöne optische Absetzung praktisch, damit das Holz und das Metall nochmal für sich alleine jeweils besser wirken. Dann haben wir hier die letzten zwei Taschenmesser. Die haben mehr Holz, deutlich mehr Holz. Und dann haben wir hier einmal Kunstharz in Weiß und einmal Kunstharz in Silber. Wenn man in der Hand drüber geht, dann spürt man nur diese Nieten, die hier sind. Hier haben wir das Kreuz nicht. Das ist nicht ganz einfach ein Kreuz zu machen, wenn man hier diese Zwischenregion hier treffen würde, wo Kunstharz und Holz ist. Wenn man da zwischentrefft, ist ein bisschen problematisch. Deswegen haben wir hier auf dieses Kreuz, auf das Hirtenkreuz hier erstmal verzichtet aus Sicherheitsgründen. Hier hätte es zwar funktioniert, aber hier zum Beispiel wäre es schon durchaus schwieriger. Und da ist die Gefahr natürlich, dass dieser wunderschöne Griff auch da dabei kaputt geht. Wenn man sich nochmal die Messer hier im Überblick anschaut, wir haben hier also Berlone 1 mit viel Holz und ungefähr halb-halb Kunstharz. Berlone 2 mit ganz viel Kunstharz. Dann haben wir hier dieser Kaktusholz mit Füllungen von Kunstharz in Blau. Dann die letzten zwei mit Kunstharz in Weiß oder in Silber. Die Gewichte, du kannst uns mal anschauen, 106 Gramm, 103 Gramm, 102 Gramm, 105 und 106. Das heißt, sie sind durchaus sehr, sehr vergleichbar. Und was wir noch haben hier, die Preise, die sind bei diesen drei Taschenmesser hier bei 695 Euro. Und diese zwei Taschenmesser sind 780. Dieser Unterschied von 695 zu 780 ist offensichtlicher nur dadurch bedingt, dass wir hier einen anderen Griff haben. Und zwar diese Wabe-Struktur aus Aluminium, das man hier sehr gut sehen kann. Die verursacht entsprechen dieser deutlich höheren Preis. Ansonsten sind die Messer natürlich, würde ich sagen, absolut identisch, bis auf diese Unterschiede. Und die sind alle Unikate, die wir hier haben. Ganz, ganz interessante Unikate, denn ist ja klar, diese Kombination an Kunstharz und Holz kann in dieser Art und Weise nicht nochmal ergestellt werden. Die Edition nur bei Lohn, die hat natürlich noch mehr Messer, die wird auch noch mehr Messer bekommen, aber alle werden Unikate sein, denn die Kombination, die können so nicht nochmal nachbestellt werden. Und da möchte ich nochmal an dieser Stelle, wirklich diese wunderschöne Taschenmesser nochmal zeigen, wie schön diese Kombination aus Holz, Aluminiumgitter und Kunstharz wirkt. Das gibt es auch bei anderen Schmieden, das haben wir auch schon bereits gesehen in früheren Videos, aber ich bin immer wieder begeistert, wie wahnsinnig toll diese Kombination aussieht. Ich weiß nicht, wer sich zuerst ausgedacht hat, wir haben die zuerst von Le Fidel gehabt, das sind andere Taschenmesser als Laguiole, da habe ich es persönlich zum ersten Mal gesehen, aber das heißt nicht, dass die das zuerst eingeführt haben, aber wirklich eine außerordentlich schöne, neuartige Kombination von Materialien. Die lassen sich auch gut schließen und öffnen, für diejenigen, die das sehen wollen, das ist natürlich, wenn man die so vergleicht, für manchen ist eben halt wichtig, dass die besonders mittig sind, ich muss sagen, manche sind entsprechend perfekt mittig, wie das hier, das ist ein bisschen zur Seite, wenn man sich das nochmal anguckt, alle ist auch ziemlich gut mittig. Auf jeden Fall lassen die sie wirklich gut öffnen und schließen und die sind auch außerordentlich scharf, weil die Schmiede mit der wir zusammenarbeiten und die Taschenmesser für uns macht, die legt sehr viel Wert darauf, dass die Taschenmesser auch sehr, sehr scharf sind und alle hier sind wirklich super scharf. Die sind allerdings hier von der Breite her etwas breiter als die normalen Laguiole Taschenmesser, das kann man hier auch sehen, das liegt zum einen an der Doppelplatine, aber zum einen auch an diesem Holz, an diesem Griff hier, das ist etwas breiter bis zum Ende, das heißt das Taschenmesser mit dem Gewicht eben von 106 Gramm. Wir haben hier die Pläne Edition, in der Regel haben die Pläne Edition so um die 80 bis 85, 90 Gramm und wir haben hier teilweise 109 Gramm, das liegt daran, dass dementsprechend hier breiter ist, dass auch wir hier einiges an Kunsthals ist, Kunsthals ist etwas schwerer als Holz, aber auch, dass sie insgesamt etwas breiter und somit mehr Material ist. Und man kann auch sehen, dass hier auch diese Holzeinlagen, dass die auch nochmal etwas breiter sind als die bei der normalen Laguiole Taschenmesser, die wir so haben, dass es insgesamt sind, dass hier etwas dickere, voluminösere Taschenmesser, die fühlen sich auch besser in der Hand, sagen wir mal, wenn man entsprechend mehr fühlen möchte, die anderen Taschenmesser oder manche andere Laguiole Taschenmesser sind ein bisschen filigraner, ein bisschen zarter, je nachdem, wer und welche Hand das hat, manche haben die große, manche kleine Hand, da fühlt sich entsprechend besser oder schlechte, ich würde diese Edition no Berlone für diejenigen empfehlen, die wirklich etwas mehr in der Hand haben möchten, etwas voluminöseres in der Hand haben möchten und das auch entsprechend gerne haben. Ja, das waren diese wunderbaren Taschenmesser. In dem nächsten Video zeige ich die vier Taschenmesser, auch aus der Edition no Berlone, die allerdings eine wunderbare Damasklinie haben, die natürlich preislich auch ein bisschen höher liegen. Bis zum nächsten Mal, euer Mr. Laguiole. 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 Bis zum nächsten Mal, euer Mr. Laguiole.